Warum tust du uns das an? Warum kannst du nicht einmal so sein wie alle anderen auch? Weil keines auch von den anderen auch nur eine Sekunde mal versucht so zu sein wie ich, Schätzchen. Mami, Daddy, kann ich uns ne Pizza bestellen und nach dem Essen noch ein bisschen rüber zu Andrew? Kommt nicht in Frage. Du triffst sie auf keinen Fall mit diesem verpickelten Volltrottel, kapiert? Lass sie in Ruhe, Steven. Sie kann machen, was sie will. Vielleicht schaust du zur Abwechslung mal selber in den Spiegel, du hirnloser Fettsack. Komm runter, Schätzchen. Reg dich ab und versuch du zur Abwechslung mal einfach nur du selbst zu sein. Ach, sich selbst zu sein, was für ein Blödsinn. Niemand ist zu Tage heute sich selbst. Das ist vollkommen langweilig. Alle sind wir irgendwie ein bisschen jemand anderer. Ein bisschen Linze Lohan, ein bisschen Demi Moore, was weiß ich. Ich bin Sarah Jessica Parker. Das ist toll. Du bist Sarah Jessica Parker? Ich glaub, mein Bett brennt. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du sowas ähnliches machst wie Sex in der City. Ich mache Sex, wo ich will. Wenn es sein muss, auch in der City. Du kannst gerne mitmachen. Wenn du willst, aber wie ich dich kenne, tust du ja sowieso nicht, weil du einfach nicht so sein kannst wie alle anderen. Mami, Daddy, die Pizza ist da. Vergiss es, Lucy. Deine Mutter ist so fett, ich krieg Pickel und du solltest mal versuchen, auch so zu sein wie alle anderen. Amen. Amen.